Alle reden von Erdöl, aber Silber werden sie in 20 Jahren nicht mehr finden. Katrin. Was machst du hier? Wir haben Silber gefunden. Und wo? Am Hoberg. Das ist nahe der alten Grenze, da haben sie eigentlich nie richtig gesucht. Musst du eben nochmal rein. Zu gefährlich. Und außerdem hab ich da gesprengt. Aber deine Roboter stört's ja nicht. Komm, die Heimat ruft. Katrin! Du erzählst Hertha überall rum, dass wir noch Silber suchen. Und wann will das Fräulein anfangen? Morgen. Sportlich. Kommt ein bisschen überraschend. Kann ich Ihnen helfen? Ja, ich such das Grab meines Vaters. Das Grab wurde aufgelöst vor drei oder vier Jahren. Ihr Vater hat hier ja nie gelegen. Es war doch ein Gruben und Glück. Sie haben ihn damals nie gefunden. Du weißt, was wir da finden können? Mein Vater, ja, ich weiß. Warum hast du mir nicht erzählt, dass Vater da nicht lebt? Wie oft warst du denn am Grab? So, dahinter geht's dann nicht mehr weiter. Da ist alles eingestürzt. Aber, aber das ist ja, da ist überhaupt nichts eingestürzt. Das sieht aus wie nach Schichtende. Das kann doch nicht wahr sein. Die Zeitung hat doch sicher jemanden hingeschickt damals. Wir hatten da berichtet. OMD war der geheime Code unserer Zeitung für Stasi. Haben Sie Zeit mitgebracht? Ja, das aber auch. Das war gar kein Grubenwunder. Nichts ist so gewesen, wie es scheint. Was ist dir dein Lebenswerk wert? Mein Lebenswerk! Was? Alle! Ja!